Der Gast kommt aus Jamaika, aus der Heimat des Reggae, eine Musikrichtung, die aus Rhythm and Blues entstanden ist und in den 60er Jahren schon als Ska, Bluebeat und Rocksteady bekannt geworden ist. Die Hauptstadt von Jamaika ist die Hauptstadt des Reggae, nämlich Kingston, daher kommt Peter Tosh. Welcome in our show, Peter. In seinen Liedern kämpft er für gleiche Rechte, Gerechtigkeit, aber auch für den Gebrauch von Marihuana. Das interessiert mich sehr. In deinen Songs, du kämpfst für equal rights und justice. Das ist sehr gut. Aber warum für den Verwendung der Marihuana? Der Afrikaner ist vom Osten zum Westen gegangen, sagt er also von Afrika nach Jamaika, das mal hinzuzufügen, und hat seine Religion, die Rasterreligion mitgenommen. Und diese Religion hat Kultur und Tradition und dazu gehört auch Marihuana rauchen. Glücklicherweise, finde ich jedenfalls, ist diese Tradition bei uns nicht verbreitet und auch unsere Welt ohne Marihuana, finde ich, völlig in Ordnung. Aber gestern noch ein bisschen was zu seiner Musik. In den 60er Jahren hat er gespielt mit Bob Marley and the Wailers, einer nun fast schon legendären Reggae-Gruppe. Und dann hat er jetzt gerade seine dritte eigene LP gemacht. 1973 hat er sich von Bob Marley getrennt. Und diese dritte LP ist produziert worden von den Glimmer Twins. Das ist ein Pseudonym für Keith Richard und Mick Jagger von den Rolling Stones. Auf dem Titel Don't Look Back hört man normalerweise auf der Platte den Mick Jagger mit, aber Peter Tosch ist live, deswegen hört man ihn heute alleine bei uns. Don't Look Back, Peter Tosch. Thank you. Applaus Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Don't look alive Don't look alive Don't look alive Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war Rasta Regalman Peter Tosch